In AM314 aus NAT-7 wird ein klassisches Experiment durchgeführt. Die Versuchsperson hält das Buch mit ausgestreckten Armen vor ihre Augen, schliesst das rechte Auge und fixiert mit dem linken Auge das Kreuz. Wird jetzt das Buch langsam gegen das Gesicht gezogen, verschwindet plötzlich das Quadrat. Sein Bild fällt auf den blinden Fleck der Netzhaut. Wird das Buch wieder weggeschoben, erscheint das Quadrat erneut.